Was ist an uns auf dieser Welt so besonders wichtig? Ist es nicht das liebe Geld? Ist das echt richtig? Ist das echt richtig? JORT-JIL Ohne Schmerzen können schaffen, sich bewegen, wie man will Ist Gesundheit nicht das dürste Gut, das fragt sich manchmal still Das fragt sich manchmal still ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK